so willkommen hier zurück zu SGE Swiss German Elite mein Name ist Blaise Chris und hier im Hintergrund seht ihr natürlich den Multiplayer Trailer von Call of Duty Ghosts endlich 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 sage ich nur da sieht man endlich mal wie die Futures sind wie die Sachen sind die man hier eingebaut hat und zwar gibt es da neue Klassen Setups anscheinend kann man seinen Soldaten auch selbst kreieren da gibt es auch für die weibliche Community was da kann man auch sich eine Frau zusammenbasteln und ohne Witz es ist richtig geil gemacht ich finde es einfach irgendwo durch wurde ich gestern aufmerksam gemacht von einem meiner Kollegen und meinen Spielern in meinem Clan und zwar dass die Slides die wir die sie hier eingebaut haben weil so wenn man rutscht ziemlich offensichtlich ähnlich sind wie Crysis 3 also ich habe es dann auch ich habe Crysis 3 auch durchgespielt und mitgemacht und also man kann es ziemlich gut vergleichen wenn man es hier jetzt mal anguckt ich weiß jetzt nicht wie es natürlich ist wenn man es selber zockt aber ich hoffe nicht nicht allzu gleich und es hat das Spiel was ich gemerkt habe hat auch ziemlich viel Ähnlichkeit mit Battlefield dass die Aufstellungen ganz anders aufgebaut sind aber scheiß drauf Call of Duty ist Call of Duty und das ist jetzt endlich mal eine neue Generation von Call of Duty also ich denke mal da wird auf jeden Fall mehr gesuchtet wie bei Black Ops 2 weil Black Ops 2 ging ja natürlich mit der Zeit den meisten auf den Sack ich habe es ja letztes mal betont mir geht es nicht auf den Sack also ich mag das Spiel aber bei Call of Duty Ghost wird es natürlich ganz übel krank weil da kann man sich eben Spieler zusammenbasteln von Helm über sonstige Sachen ich werde euch jetzt auch gleich einen Ausschnitt zeigen was bei der Pressekonferenz war beim Livestream da habe ich auch gleich was reingeschnitten und zwar genau seht ihr das hier man hat anscheinend über 20.000 Kombinationen wo man zusammenstellen kann von einem Soldaten und das ist richtig übelst krank man kann auch ein eigenes ich glaube wenn es mich nicht täuscht ein Clan Emblem machen und zwar muss man sich das so vorstellen wie bei Black Ops 2 einfach über PC oder Laptop und da tut man sich eben den einen das einte Emblem zusammenstellen und jeder Spieler bekommt genau dasselbe Emblem und ich hoffe das wird dieses dieses mal so richtig umgesetzt das wäre schon cool irgendwo durch das Gameplay sieht eigentlich ziemlich nice aus ich freue mich schon auf nächste Woche wenn die Gamescom da ist weil ich werde da auf jeden Fall hingehen und Call of Duty Ghosts suchten mindestens für ein paar Stunden da wird sich sage ich mal die offizielle Gamescom Zeit lohnen ja das wäre es eigentlich jetzt von mir ich hoffe ihr werdet euch Call of Duty Ghosts auch holen und bis zum nächsten Mal Cheerio Bye Bye Euer Blaze Chris Bis zum nächsten Mal